Nichts zerstört einen Menschen so sehr wie anhaltende Untätigkeit. Mütter lieben ihre Kinder mehr als Väter, weil sie sicher sind, dass sie ihre eigenen sind. Zwei Jahre lang lernt ein Mensch zu sprechen, und dann lernt er für den Rest seines Lebens zu schweigen. Man kann dem Geld nicht hinterherlaufen, man muss auf es zugehen. Das Glück gehört den Selbstversorgern. Schlafe nie mit jemandem, der nicht mit dir auf der Straße erscheinen will. Was immer in unserer Macht steht zu tun, steht auch in unserer Macht, es nicht zu tun. Wer ein guter Herrscher sein will, muss vorher selbst regiert worden sein. Der einzige stabile Staat ist der, in dem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Angst ist der Schmerz, der durch die Erwartung des Bösen entsteht. Das Geheimnis des Humors ist die Überraschung. Wo sich deine Talente und die Bedürfnisse der Welt kreuzen, da liegt deine Berufung. Die Würde besteht nicht darin, dass man Ehre besitzt, sondern in dem Bewusstsein, dass man sie verdient. Ohne Freunde würde niemand leben wollen, selbst wenn er alle anderen Güter hätte. Lernen ist kein Kinderspiel, wir können nicht ohne Schmerzen lernen. Es gibt nur einen Weg, Kritik zu vermeiden. Nichts tun, nichts sagen und nichts sein. Der hochgesinnte Mensch muss sich mehr um die Wahrheit kümmern als darum, was die Leute denken. Das Gegengift für 50 Feinde ist ein Freund. Es reicht nicht aus, einen Krieg zu gewinnen, es ist wichtiger, den Frieden zu organisieren. Armut ist die Mutter von Revolution und Verbrechen. Ich halte den für mutiger, der seine Begierden überwindet, als den, der seine Feinde besiegt, denn der schwerste Sieg ist der über sich selbst. Das Gebildeten unterscheiden sich von den Ungebildeten so sehr, wie sich die Lebenden von den Toten unterscheiden. Wer seine Ängste überwunden hat, ist wirklich frei. Diejenigen, die es wissen, tun es. Diejenigen, die verstehen, lehren. Wahrnehmen bedeutet leiden. Geduld ist bitter, aber ihre Frucht ist süß. Glück ist der Sinn und Zweck des Lebens, das ganze Ziel und der Zweck menschlichen Existenz. Der Wunsch, Freunde zu sein, geht schnell. Aber Freundschaft ist eine langsam reifende Frucht. Das Glück hängt von uns selbst ab. Kein großer Geist hat je ohne einen Hauch von Wahnsinn existiert. Leben heißt, Dinge zu tun, nicht sie zu erwerben. Hoffnung ist ein Wachtraum. Den Verstand zu bilden, ohne das Herz zu bilden, ist keine Bildung. Was ist ein Freund? Eine einzige Seele, die in zwei Körpern wohnt. Es ist das Zeichen eines gebildeten Geistes, einen Gedanken zu erwägen, ohne ihn zu akzeptieren. Ein Freund aller ist ein Freund von keinem. Sich selbst zu kennen, ist der Anfang aller Weisheit. Die einen sparen, als ob sie ewig leben würden, die anderen geben aus, als ob sie gleich sterben würden. Freunde, welches Zitat hat euch am besten gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare.